Was ist Friedens- und Konfliktforscherin? Hallo, mein Name ist Regina Heller und ich bin Friedens- und Konfliktforscherin. Friedens- und Konfliktforschung, was ist das denn? Wir Friedens- und Konfliktforscher untersuchen die Ursachen von Kriegen und fragen, wie man Kriege verhindern kann. Krieg, das ist zugegebenermaßen eine ziemlich schwierige Angelegenheit, aber auch ein spannendes Thema, wie ich finde. Denn wir hören sehr viel heute in den Nachrichten von Kriegen überall in der Welt, und von Menschen, die vor diesen Kriegen zu uns nach Deutschland flüchten. Also, was ist Krieg? Warum gibt es Kriege überhaupt? Und wie können wir die Welt ein bisschen friedlicher machen? All das möchte ich mit euch klären in der ersten Vorlesung des neuen Semesters. Ich freue mich auf euch.